Willkommen zurück in der Stadt, die wahrscheinlich auf Ewigkeiten Arbeitermangel hat und auf Blick auf das wunderschöne Gebäude, das ja einfach nur Unternehmen heißt und das zusammen mit dem Keller, mit dem Trevor und mit dem Alex. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, genau, gut, ich mache erst mal wieder weiter. Steuern? Es ist ja auch schon in den letzten Mal nicht ganz so viel passiert, weil ich habe, wie gesagt, keinen Bock hier alles voll zu knallen mit Wohngebieten und deshalb hätte ich eigentlich voll Bock, um hier mein Prozessor-Dings zu bauen, aber wir haben halt keine fünf Industriegebäude der mittleren Technologiestufe und wenn ich jetzt noch mehr Industriegebäude ausweise, dann wird das mit den Arbeitern auch nur schlimmer. Ja, deswegen weiß ich gar nicht, was ich überhaupt machen soll. Sag mal Fabi, wieso sind dem einen die Steuern zu hoch, obwohl es auch zehn Prozent sind? Ja, irgendwelche meckern immer. Und wie genau kann ich jetzt, weil hier steht zum Beispiel, wir brauchen Abnehmer für unsere Lieferungen. Wie mache ich denn das? Noch mehr Leute oder was? Abnehmer für unsere Lieferungen. Wäre das jetzt ein Handelsdepot oder was wäre das? Ein Handelsdepot habe ich nämlich eigentlich, aber halt nur für Cola. Tja, ich weiß nicht, also Abnehmer können auch Gewerbegebiete sein, dass die halt die Sachen kaufen und dann weiterverkaufen und so. Ist das jetzt eine logische Überlegung oder ist das im Spiel wirklich so? Aber manchmal kann man das nicht verhindern. Ich hatte auch schon das super Gewerbegebiet, Industriegebiet und auch genug Einwohner und dann stellen die irgendein Mist her, weiß ich, irgendein Gerät, was deine Schuhe schrumpfen lässt und das will keiner kaufen und dann meckern sie rum. Ja. Wir machen ordentlich Gewinn. Ja, dann lass doch mal dein Dichter steigen, Junge. Ja, mangelnde Arbeiter, mangelnde Arbeiter. Ich weiß nicht, was tue ich. Wahrscheinlich einfach alle Gewerbegebiete abreißen. Straßenupgrades. Hier lebt er sich nicht gesund. Oh je, eine Verletzung. Hier gibt's eine Verletzung? Tschüss, tschüss. Straßenupgrade. Okay, alle wollen einen Straßenupgrade, dann kriegt ihr euer doofes Straßenupgrade. Mittlere Dichte sollte aber wohl reichen. Na ja, das ist, heißt, dass es ein bisschen zu wenige Abnehmer gibt, Alex. Wow. Boah, dann brauch ich noch mehr Einwohner und so. Aber wie brauch ich das? Ich kann einfach nicht mehr immer machen. Warum? Hast du kein Geld mehr, oder was? Oder woran liegt's? Hier lebt es sich nicht gerade gesund. Ja, heu doch nicht rum. Hab ich nicht, hab ich nicht ein riesiges Krankenhaus gebaut das letzte Mal? Oder? Wunderstadt braucht Arbeiter der oberen Einkommensschicht. Nein, ich habe eine Klinik. Okay, dann kommen die auch wieder nach Wunderstadt pendeln. Was? Verbessern sie was? Verbessern sie die Grundstückspreise der Wohngebiete, damit die Arbeiter nach Wunderstadt pendeln. Warum fährt er... Ja, zu mir, komm. Hä? Warum muss man dazu die Grundstückspreise erhöhen? Ja, ähm, das ist doch schön. Ist nicht leicht unruhig? Kann man nur pendeln, wenn man auf einem teuren Grundstück wohnt? Ja, ja, scheinbar. Um uns herum sterben überall die Leute. Es gibt so viele Opfer, ey, die Opfer. Weg, nicht platzt. Bist du dir sicher? Na, dann werde ich wohl dein Haus abreißen. Ja. Eins auch. Du bist zufrieden? Schön. Züge haben wir nicht. Ich hab'n Fährenhafen, ich hab'n Fährenhafen. Oh mein Gott, ist das erfolgreich. Ich hab'n Fährenhafen wieder geschlossen, weil da sind irgendwie sechs Leute am Tag mitgefahren, deswegen... Oh! Guck dich das an! Nachfragewunden, das ist gleich zurückgegangen. Alter, voll krass! Wow! Nachfragewunden, Alter, ist ja voll episch. Mittlere... Was? W-Was? Wohngebiet der mittleren EKS mit Trend zur mittleren Dichte? Die Stadt wächst schnell. Sorgen sie für zufriedene Einwohner. Ja, ist doch gut, bin doch dabei. Was ist los? Langsam, Feuerwehr... So, zu wenig Platz. Zu wenig Platz. Egal, der eine sollte sich jetzt mal hier bitte ausbreiten, der da. Das ist ja wohl genug Platz, oder? Wenn das nicht genug Platz ist, weiß ich auch nicht. Weiß nicht, in welche Richtung der noch mehr Platz wäre. Fließbandwerke! Yeah! Hatsimonio und Skaterin nach Hause. Mensch, ich hab Geld, ich geh jetzt nach Hause. Und? Was hast du... Was hast du für Probleme? Hat auch Simoleons. Mensch, ihr habt alle Gelder. Kommt mit Simoleons von der Arbeit! Oh mein Gott. Kriegt ihr die immer so mit? Hier so, hey, hast du mal wieder gut gearbeitet? Ja, hier ist so eine Klasse ausgezahlt nach jedem Tag. Nach Erfolg... Was? Nach erfolgreichem Arbeitstag auf dem Weg nach Hause. Okay. Die jetzt abzureißen würde mir leid tun. Hat hier keiner... Hat Simoleons... Habt ihr alle Simoleons? Ihr habt alle Simoleons. Mensch, ihr seid alle die Steierlein. Das geht ja so nicht weiter. Wo brauchst du denn noch Platz? Angela Gärtner. Wie viel Platz braucht der bitte? Bau des ersten schönen Büro-Hochhauses ins Ohne jetzt wie viel Platz will der? Ohne ein Abo-Abwecken. Das ist halt eben Gewerbe-Feed. Großes Haus und so. Ja, das sieht wirklich echt schön aus. Das hier. Das nenn ich Polizeipräsenz. Das hat was. Die anderen sehen, ja. Aber das sieht irgendwie hat eine schöne Form. Und das mit der Spitze, aber gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Zwei. Hier baut schon wieder jemand. Garantiert. Jetzt mach aber auch mal hier, Junge. Bau jetzt mal dein doofes Haus hier mal größer. Du hast doch Platz. Wo will denn der noch Platz haben? Boah, das ist der Fabrik für die Zukunft zum Bau genehmigt. Oh, dankeschön. Hey, wann wird denn das genehmigt? Das ist vor allem gar nicht schwer zu erleichterst hier in den Kriegsindustrie, die der mittleren Supers. Wo es meine waren entweder immer da drüber oder den Bund. Ohne Witz, die wollen mich doch verarschen, ne? Wir würden gern wieder in die Schule gehen. Alter, baut dein Haus. Was ist denn das für ein Haus? Und warum baut der das hier denn? Ja, ja Alex, das Fliegen hatte ich in meiner alten Stadt. Da hatte ich das meiste recht den Schulen ausgegeben, aber es haben sie trotzdem gemerkt. So, jetzt machen wir ja so eine wunderschöne Prozessorfabrik für 160.000 hin. Jetzt werden hier natürlich auch wieder Leute eingestellt, die ich nicht habe, aber gut. Ich hoffe, für die Prozessorfabrik bleiben noch ein paar Leute übrig. Nein, nein, nein. Straßen-Upgrade ja auf jeden Fall, Junge. So, und das heißt, wir brauchen jetzt auch Leute. Ressourcen erschöpft. Wie? Was verlegen von der Straßenbahn? Was? Was will der denn jetzt? Der an... Den Anlagen ist das Plastik ausgegangen. Ja, ist mir schon klar. Mensch, ganz locker. Moment, schau mal jemand, ob sie ganz kurz die Zeit zurück, wenn ich zurück werde. Danke. So, jetzt brauchen wir nämlich hierfür Legierungen und... Brauchst du noch? Legierungen und Plastik, genau. Und da mir jetzt gerade nichts anderes übrig bleibt, werde ich die jetzt importieren. Ist doch scheiße, schweine teuer, aber ist mir egal. So, das heißt, wir bauen uns jetzt so... Ja, aber ist egal. Wir bauen uns jetzt so... Wir bauen uns jetzt so... Jetzt erhöhen wir deine Dichte, Junge. Moment, hier haben wir doch schon Handelsippo. Ja, Simoleons als Geschenk von C2LP in Citropo, das erhalten. Aber siehst du, hier haben wir doch sogar schon Plastik. Warte mal, dann... Guck mal, das Plastik hier gleich mal... Warte mal, was braucht dich? Das ist sehr schön, aber das bringt mir nix, weil das wird wahrscheinlich hier nicht hinpassen. Plastik, tatsächlich. Siehste? Jetzt haben wir unser Recyclingzentrum, da wird's doch nicht ganz so viel Plastik recycelt, aber... Ach, die erste Familie zieht ein. Sehr schön. Ach, jetzt haben sie genug Platz. Ist das Haus wieder abgerissen worden. Auch krass. Naja. Naja, okay. Also auf jeden Fall, ein paar Leute hier bauen ihre Häuser aus. Die da, die da, die da... Die da nicht. Es ist die da, die da, die da, oder die da. Eine Sekunde. Die da, die da, du... Sag mal, wenn man Sachen importiert, werden die aber automatisch für den lokalen Gebrauch benutzt, ne? Wäre doch... Ja, wären sie eigentlich. Okay, jetzt haben wir hier, ähm... Plastik, was wir importieren. Ich brauche eine Schule, ich hab bis jetzt noch gar keine Schule gebaut. Das heißt, Plastik... Ich vergesse wieder, was die brauchen. Kundenheit, was brauchen wir? Brauchen Plastik und Legierungen. Sollte man, wenn man seine erste Schule baut, gleich mit nem Gymnasium anfangen oder so? Oder Grundschule oder allgemeine Hochschule schon? Was geht denn jetzt ab? In der Stadt wird aktualisiert, was willst du denn jetzt? Wunderbar, siehste? So ein Hinweis, ja, wir haben hier so ein Update für die Stadt. Klick auf OK, damit es weitergeht und du hast gar keine andere Wahl. Du musst auf OK klicken, weil ansonsten geht gar nichts. Ja, so ist es wohl. Oh, da freuen sich alle. Was hat er jetzt gemacht? Egal. Na ja, jetzt siehst du, wie zum Beispiel meine Hochhäuser, äh, meine meine Häuser alle minimal größer sind. Hatte ich dir das auch gerade, es werden hier irgendwie Updates und so, neue Inhalte? Wem ist diese Stadt? Ich töte ihn. Also bei mir, ja. Was ist das? Nein, das ist Fabi. Alter, was hast du, wie viele Hochhäuser hast du bitte schon? Alter, wie teuer sind bitte Legierungen? Wie, wie viele Hochhäuser hast du bitte schon? Fabi übertreibt es auch immer. Ich brauche nur drei, zwei Stunden, dann hat er nochmal alles ganz hoch stehen. Zehn? Du hast locker zehn von diesen ganz hohen Gebäuden, ne? Der hat schon Offscreen... Ja, genau. Ich habe Offscreen weitergespielt, sechs Stunden. Ne, das ist, äh, hier... Also viele sind Gewerbegebiete, die sich dadurch... Also, Wohnhäuser habe ich nur... Aua. Eins. Ne, zwei. Zwei. Das Rest ist alles Gewerbe. Jetzt musst du mir mal erklären, hier steht, das Geschäft läuft ganz gut. Trotzdem sind die voll unzufrieden. Ja. Warum? So, jetzt baue ich hier mal einen Krankenhaus. So. Wir haben zu wenige Kunden. Igitt, wie viele Keime hier rumschwirren. Wir haben zu wenige Kunden. So. Dann holen wir uns hier erstmal noch ein paar Transporter und jetzt können wir hier noch anbauen. Die ganzen Keime. Ja, die Keime, ja. Gott, leck mich doch. Die Keime müssen sein. Keime härten ab. Was? Und mit so einem Prozessor-Montage-Bahn können wir nämlich noch weitere Prozessionen herstellen. Ach, ganz ehrlich. Und tschüss. Was? Ja, ich mach die Klinik dann. Ich mach die Klinik. Ich mach die Klinik. Ich mach den Krankenhaus ausbauen. Hä? Hat jemand eine Universität medizin? Ja, ich würde euch allen sehr gerne Geld schicken. Aber ich fängt halt nicht an. Boah, er ist ziemlich spät. Zu viel Müll. Ich hab dir schon mal 40.000 geschickt und Frage ist, ob das angekommen ist. Warte. Nein. Das wird jetzt bei der Transaktion nicht mehr stehen. Das ist ja. Naja. Ähm. Also ich hab jetzt im Moment nämlich nur 40. Aha. Keller cruised die gerade durch die Stadt. Plätze. Hm. Oh, war bei mir auch. 40 Plätze ist ein bisschen zu wenig. Keller steht an der Ampel. Was macht er als nächstes? Was tut er da wohl gerade in seiner Limo? Notfallzentrum. Hm. Ja. Patientenzimmerflügel. Wellnesszentrum. Genau. Wellnesszentrum wegen den ganzen Keimen. Aber erstmal gleich noch Krankenwagen. So. Krankenwagen. Und als nächstes kommen diese Wellnessdinger da. Diese. Genau. Diese Wellnesszentren hier. Die kommen als nächstes. Ein Toter pro Tag. Ach. Hör doch auf. Fünf von neun. Fünf von zehn. Okay. Äh. So was mit meinem Müll los hier. Warum. Warum. Hat mein Müll so enorme Probleme. Hab doch ne Müll. Äh. Run auf Anzüge. Run. Genau. Vor allem. Run auf Anzüge. Nach Eröffnung neuer Geschäftsgebäude. Ja. Dann bau mal. Ne. Nicht auf so ne gut laufende Fabrik bitte. Nur so einer von den schlechten. Kann man mir nen Müllwagen schicken. Die freuen sich. Das ist dasselbe oder? Ja. Aber nicht genug scheinbar ne. Jetzt muss ich im Ernst diese Fabrik abreißen um mir da diese dummen Dinger hinzubauen ey. Ähm. Ähm. Na hier wärs nämlich auch nicht mehr gegangen. Okay. Doch hier. Liegungen und Plastik sind da. Das heißt jetzt wenn wir... Naja. Okay na. Bau ruhig weiter. Alter. Barschen. Naja. Bau du mal Junge. Sechs Tonnen Liegungen pro Tag. Na das geht ja eigentlich noch. Sechshundert Kisten pro Tag. Oh. Okay. Naja. Egal. Ähm. Ohja. Die sind auch schon wieder am Upgraden hier wie es aussieht. Also ohne Witz. Meine Industrie ist echt... Echt. Die gefällt mir. Meine Industrie ist endlich mal zufrieden. Das hab ich selten. Dabei haben die voll das... Die haben voll die Nachfrage ne. Alex warum besuchst du mich? Was? Warum besuchst du mich? Keine Ahnung. Ich will... Ich will dich. Ach Alex. Ich buggele. Wir wissen... Wir wissen du hast Bedürfnis aber... Muss das so... So ausgedrückt werden? Und ich komme so aufm Bierchen vorbei. Und da kommt natürlich noch Seto vorbei. Aber hallo. Die Müllhalde in Wunderstadt nimmt Titropodus einen Teil des Mülls ab. Ja. Ich war doch froh. Ah ja genau. Meinen Müll könnte ich eigentlich auch dem Alex mal schicken. Nein. Verarschen. Nein Witz. Ich hab zwölf Müllwagen und die reichen nicht. Alter. Ja. Ja wie auch immer. Ja wie auch immer. Prüfen wir nicht. So was ist das jetzt hier für ein Gebäude? Welche Höhe... Welche Stufe... Bau mal schneller. 58... 83... Ok hier gucken wir gleich vorbei. Weil erstmal... Gleich ist nämlich wieder die Stunde zu Ende. Äh... Thema Stunde zu Ende. Wie sieht es aus mit der Folge? Ist die... Ist die irgendwann wieder zu Ende? Ja ich hab gerade geguckt. 30 Sekunden noch. 30 Sekunden? Ah krasse Sache. 30 Sekunden noch. Passt. Ähm... Dann müssen wir nämlich mal ganz kurz hier... Ähm... Mein Krankenhaus noch... Ein klein wenig... Keimfreier machen meine Stadt hier. Kann ich jetzt überall in die Stadt bauen? Ne nur in die Nähe ne. Bam. Offene Jobs für die mittlere Einkommensschicht. Juchu. Wieso freut ihr euch jetzt? Wird den Keim? Nein. Die liegen freut euch. Ja genau. Die... Sie freut uns über die Keime. Ok. Damit fangen die 30 Sekunden auch schon um. 30 Sekunden sind immer sehr sehr schnell um. Ok. Das heißt... Oh mein Hals kratzt. Und wir sind zusammen... Puh. Beim... Nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss. Gott.